Was machst du jetzt mit ihr? Ich gebe ihr irgendwas gemeinnütziges zu tun. Können wir sie nicht fliegen lassen? Dieses Ding muss lernen, sich anzupassen, Murph. Okay, Leute, Masken auf. Wie wir alle. Diese Welt ist schön. Aber sie sagt uns schon lange, wir sollen sie verlassen. Die Generation ihrer Tochter ist die letzte, die auf der Erde überlebt. Sie sind der beste Pilot, den wir je hatten. Gehen Sie da raus und retten Sie die Welt. Alle bereit, sich von unserem Sonnensystem zu verabschieden? Von unserer Galaxie. Dann los. Wir sind da. Wir wollen doch schnell darunter, oder? In erster Linie wollen wir in einem Stück darunter. Festhalten. Wir haben eine Mission. Diese Mission funktioniert nicht, wenn die Menschen auf der Erde tot sind, bis wir sie erfüllt haben. Wir sind so weit gekommen. Weiter als jeder Mensch in der Geschichte. Aber nicht weit genug. Machen wir was draus. Richtung Berge. Das sind keine Berge. Das sind Wellen. Ich schaff's nicht. Doch, das wirst du. Das wirst du. Du wirst dich entscheiden müssen zwischen deinen Kindern und der Zukunft der Menschheit. Wir finden einen Weg. Wir haben immer einen gefunden. Ich. Das ist gar nicht. Versuchen, dass ihr mach, das geht. Und wenn du da nicht. doch das geht.